Mein Name ist Thomas Otto und ich werde versuchen, Sie heute Abend so ein bisschen durchs Programm zu zauern. Viele von Ihnen fragen sich gerade, was dieser bildhübsche, gutaussehende, nette, dynamisch, elegant gestylte, wohlgeformte Papierbeutel... Mitten hier vorne, ganz einfach. In diesem Papierbeutel ist dann geschenkt, die Ärmel, bis zum Anschlag hochkrempeln. Und jetzt mit leeren Händen einfach mal hier vorne in die Luft greife, genau hier, und Geld zaubere. Selbst dann reagieren die meisten gar nicht. So das, meine Damen und Herren, und das habe ich bis heute wirklich nie begriffen, selbst beim sechsten Mal, die meisten immer noch den Applaus vergessen. Ja, hey, die tragen das Geld da direkt in die Hand, wenn ich es nur geben darf. Das nenne ich mit Zauberkünstler Kopfgeld. Ja, guck mal, hier ist ja richtig was. Hallö, hallö, hallö. Ich guck mal, hier, beide Ohren hier, danke schön. Ja, Sie lachen sich aber auch. Oh Gott, da hängt das ganze Ohr mit dran. Achtung, eins, zwei, mit dran. Super, danke Ihnen, das funktioniert. Bleiben Sie alle mit der Rechte, dann müssen auch nichts, alle Rechte gegen die Hände, gegen die Luft, alle alle. Richtig fest zugreifen, fest zuhalten. Spüren Sie das Geld, sagen Sie Ja, Thomas. Ja, Thomas. Super, das dürft ihr behalten. Wenn ich den Ball direkt vor Ihren Augen in den Becher gehe, oder ihn aus dem Becher rausnehme und direkt vor Ihren Augen in meine Tasche stecke, müssen Sie mir einfach nur sagen, wo er ist. Ob er in meiner Tasche oder in dem Becher ist. Das ist alles. Spiele Ihn Verstand? Okay, dann legen wir los. Da ist der Ball. Er wird jetzt direkt immer aus meiner Tasche, auf das Tuch, durch das Tuch, durch den Becher, durch den Becher, in ein Glas lang. Schon hat der Ball direkt vor Ihren Augen das Tuch durchschon, den Becher durchschon, ist im Glas angekommen, man muss nur reagieren. Da ist ein kleines Ball, der funktioniert. Wenn ich meine Tasche aus dem Becher rausnehme und in meine Tasche stecke, frage ich Sie zum letzten Mal, was meinen Sie, wo ist er? In meiner Tasche oder unter dem Becher? In der Tasche. In der Tasche, Sie haben sich beeindruckt, das ist richtig, Robby, in der kleinen Tasche, weil unter dem Becher ist gar kein Platz. Schauen Sie nach, meine Damen und Herren, da liegt eine Zitrone. Nur wieder, komm, ich lasse mich dort nicht, da war ich, da war ich, da war ich, da war ich, da war ich. Hey, hey, stop, 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 stop. Ist ja noch gar nicht fertig, ich muss ganz schnell noch eine Apfelsine erscheinen lassen. Jetzt drücken Sie, jetzt hat es funktioniert. Eine volle Stimme, eine volle Stimme, eine volle Stimme. Und deswegen möchte ich es heute Abend einfach mal versuchen, in die Wahl des Zuschauers, der jetzt gleich eine Karte wählt, dem Zufall überlassen. So, dass ich jetzt gar nicht entscheiden kann, wer es von Ihnen wird. Und ich mache das auch sehr fair. Ich habe hier einen Dartfighter. Und genau dort, wo der Jan Stopp sagt, Jan, die kann ich nun. Das ist ganz einfach, ich schaue durch, Sie sagen, stop. Wichtig, bevor das Spiel vorbei ist, Achtung, mal so. Hier schon. Schauen Sie sich die Karte an, mir nicht zeigen, weil ich kenne es ja schon. Aber, Jan, vielleicht sind Sie einmal so, die halten die Karte hoch, dass ein paar Zuschauer hinten Sie sehen, einfach mal hochhalten. Wenn Sie jetzt hinten nicht erkennen können, können Sie auch hier schauen, habe ich sie doch mal. Das ist nicht meine Stimme, da haben Sie falsche Karte gezogen. Da kann ich nichts machen, sorry. Die Karo Acht ist jetzt in der Karte. Es ist die Karo Acht, meine Damen und Herren, das ist das, das ist das, das ist das, das ist das, das ist das. Und meine Damen und Herren, alles, was verbraucht, ist 50% nicht echt. Ach, Back by Eastbourne. Dann haben Sie Geld dabei, holen Sie es raus. Back by Eastbourne, das ist nur 50, nur 50, nur 10, hätte ich selber. Jetzt gibt es heute Abend in ganz, aber das sage ich auf der ganzen Welt, in ganz kurz und bloß, auf der ganzen Welt gibt es nur einen 20-Euro-Schein, genau, der Ihre Unterschrift trägt, da ist er. Aber schauen Sie, je öfter ich die 20-Euro-Falte, desto kleiner werden Sie. Und schauen Sie, was passiert, wenn ich jetzt einmal magisch gegen Uwe's unterschieden 20-Euro-Schein nur puste, Uwe beim Auffalten verwandeln Sie Ihre 20-Euro-Schein ganz langsam zwischen meinen Fingerspitzen tatsächlich in ein Original 100-Euro-Schein, das mit zwei hochgecrempteten Ärmelzeichen, da bleibt dann der Applaus richtig im Hals steckt. Ja, ich krieg das nicht, ohnehin ein 100-Euro-Schein, das kommt von mir. Aber ich dürfe, die Frage, die sich bei Peter hier stellen es hält, ist auf diesem 100-Euro-Schein überhaupt die Unterschrift von Uwe? Uwe, ich komm zu Ihnen, geil, jetzt wird es spannend. Uwe, ganz ehrlich, ist auf diesem 100-Euro-Schein Ihre Unterschrift? Nee, ja, das ist auch nicht Ihr Schein. Das ist doch toll, Sie beschäftigen nur das ganze Publikum, ich liebe das. Sigrid gibt mir eine Zigarette, der Nico passt auf die Papiertüte auf, Andreas wartet auf seinen Sack, Uwe auf seine 5 Euro. Jeder ist beschäftigt. Ich kann das studieren, aber das macht Zeug. Sollte bei dem Kunststück irgendwas schiefgehen, das ist nicht meine Schuld. Die Zigarette wird Sigrid. Hier einfach auf die Seite. Ganz vielen Dank, bitte. Erstmal ganz vielen Dank, dass Sie alle den Spaß mitgemacht haben, ich finde es toll. 20 Euro verloren, so lustig geblieben, ne? Das ist nicht ein Rösschen. Meine Damen und Herren, ich will ganz froh, die Auswertung, eine uninhaltende Vererbnis, mit der ich mich ganz herzlich bei Ihnen bedanke. Öffnen Sie die Dose. Machen Sie in grün nach vorn. Genau. Ziehen Sie den Deckel vorsichtig nach hinten auf. Uwe, ist das ein Geldschein? Halten Sie es auf. Ist das ein 20-Euro-Schein? Uwe, ist auf diesem 20-Euro-Schein eine Unterschrift? Ist das Ihre Unterschrift? Ist es? Zeigen Sie es, dann ist es auch Ihr Geldschein. Das hat funktioniert. Das haben Sie auch nicht. Wenn das geklaut ist. Vielen Dank.